Der Ortsteil Waldnil liegt am linken Niederrhein im Westen. Der Ortsteil Waldnil liegt am linken Niederrhein im Westen Nordrhein-Westfalens und gehört mit 11.000 Einwohnern zur Gemeinde Schwalntal. Die katholische Pfarrkirche St. Michael dominiert das Ortsbild. Die Kirche wurde dreischiffig im neugotischen Stil vom Kölner Baumeister Heinrich Wiedhase erbaut. Die Grundsteinlegung erfolgte im Jahr 1878. Waldnil hat seine dörfliche Idylle erhalten. Liebevoll restaurierte kleine Gassen und viele bauliche Highlights sind bei einem Spaziergang zu entdecken. In einer Urkunde aus dem Jahr 1020 wird die historische Gemeinde Waldnil erstmals erwähnt. Ursprünglich lebten hier viele Hausweber, die der Leinenherstellung nachgingen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Die evangelische Kirche ist eine sogenannte Hofkirche. Sie wurde 1667 fertiggestellt. Auf dem Marktplatz ist das älteste Haus Waldnils zu finden. Es stammt aus dem Jahr 1627. Der gemütliche Marktplatz lädt mit seiner Gastronomie und den guten Restaurants zum Verweilen ein. Auch Hotels und Ferienwohnungen sind im Ort. Der Brunnen auf dem Marktplatz ist nicht zu übersehen. Er soll an die Leinewäscherinnen erinnern. Der Brunnen auf dem Marktplatz ist nicht zu übersehen. Er soll die Leinewäscherinnen und der 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 Leinewäscherinnen. Untertitelung des ZDF, 2020